Weg am Schaum! Oh mein Gott! Was für ein Gestank! Ich will niemand hier aus! Ich geh schon aus dem Weg! Geht! Ich will euch nicht weg! Ich hol mir da die Kampfe! Halt! 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 Ich will nichts damit zu tun haben! Wenn euch euer Leben lieb ist, lauft! Lauft! Latschuk! Verrückte! Alles Verrückte! Noch einer auf dem Weg zum Herrn! Latschuk! Ich verstehe! Was zum Teufel? Eine Leiche! Wache! Wache! Kommt! Lasst's! Natürlich! Ich verstehe! Auf bald! Kommt und holt euch die feinste Kunst! Frisch von der Schlapperei! Okay. Schön! Hiya. Popul! Hovet! Das war's für heute. Leonardo! Ezio? So ein Glück! Ich... Ich hab hier ein kleines Problem. Mal sehen, ob ich helfen kann. Ich weiß, wie man es repariert hat, aber nicht die Kraft. Könntest du den Wagen anheben? Was ist das für ein Ding? Hä? Sieht aus wie eine Riesenfledermaus. Nichts, nur eine Idee, an der ich arbeite. Ich konnte sie nicht vergessen. Wofür ist es? Nun, ich sollte nicht darüber sprechen. Ach, zum Teufel! Ich halte das nicht aus! Ezio, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ein Mann fliegt. Komm, ich fahre. Aber ich hab doch noch nicht mal gesagt, wohin ich will! Venezia. So eine schöne Stadt. So viele Inspirationsquellen. Ponte de Rialto, Piazza San Marco, La Senale... Sch! Was ist? Wir sind nicht allein. Was geht hier vor? Wer sind die? Rodrigo Borgias, Männer. Warum? Was wollen Sie von uns? Ich denke, Sie wollen unseren Tod. Leonardo, versteck dich! Sie versuchen raufzuklettern. Wirf sie wieder ab! Ezio, jemand ist oben drauf! Zwei enge Kurven, um ihn abzuwerfen! Ezio, pass auf! Hinter dir! Tu irgendwas! Was? Pass auf! Lass die Kutsche nicht kippen! Die Kutsche nicht kippen! Halt dich gut fest! Das wird ein bisschen hart! Oh bin ich! Wo ist das? Was? Ja! Seid vorsichtig, oder wir können sie nicht mehr reparieren. Das ist ein Schuss, oder wir können sie nicht mehr reparieren. Halt durch, Ezio! Fast geschafft! Los, Leonardo! Sie wollen mich, nicht dich! Ich treffe dich später wieder! Laju, da ist er! Auf ihn! Geh! 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 Keine Blöße, Mensch! Der Kerl ist kein Tölpel! Keine Blöße, Mensch! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's. Oh, oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020